Ab in die Berge! Mit den Mini-Reeling-Trägern können Sie die Mini-Ski- und Snowboard-Halterung einfach montieren. Und so geht's! Entriegeln Sie die Ski- und Snowboard-Halterung, drücken Sie den Hebel und öffnen Sie sie. Drehen Sie die Sperre, um die Halterung zu lösen und schieben Sie sie auf der Trägerbasis bis zum Anschlag nach außen. Finden Sie die sechseckige Seite der Mutter mit dem mitgelieferten Spezial-Drehmomentschlüssel. Diese Seite bleibt beim Einschieben in den Nutenstein oben. Befestigen Sie nun den Nutenstein, indem Sie ihn von unten in den Trägersockel stecken und auf den Block schrauben. Das sind die Basics. Schieben Sie die Halterung wieder bis zum Anschlag auf die Trägerbasis. Prüfen Sie vor dem Einsetzen noch einmal die richtige Seite der Mutter. Ziehen Sie die geriffelte Seite der Gummileiste zur Hälfte aus der Halterung heraus. Achten Sie darauf, dass die Löcher übereinander liegen. Befestigen Sie den zweiten Nutenstein genauso wie den ersten. Sehr gut, jetzt wird die Ski- und Snowboard-Halterung montiert. Entriegeln Sie den Relingträger. Falls nötig, entfernen Sie die Abdeckleiste. Heben Sie den Träger auf das Dach und führen Sie die Nutensteine in die Schiene. Platzieren Sie den Träger so, dass die Abdeckklappe noch bewegt werden kann. Jetzt ist Präzision gefragt. Ziehen Sie die Mutter am äußeren Nutenstein mit dem Spezial-Drehmomentschlüssel an, bis es klickt. Schieben Sie den Halter nach außen und ziehen Sie auch am anderen Befestigungspunkt die Mutter fest. Schieben Sie die Gummileiste wieder in die Halterung und legen Sie den Hebel um. Sitzt. Und noch einmal. Befestigen Sie den anderen Träger auf dieselbe Weise. So laden Sie Ihre Ski- oder Snowboards auf den Träger. Beide Halterungen nach außen schieben. Ausrüstung einlegen. Die Halterungen zurückschieben. Beide Verschlüsse verriegeln, um die Halterung zu fixieren und dann die Träger schließen. Gehen Sie auf Nummer sicher und sperren Sie die Träger ab. Mit der Mini-Ski- und Snowboard-Halterung können Sie bis zu 5 Paar Ski- oder 4 Snowboards transportieren. Sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um alle Vorzüge Ihres Mini kennenzulernen.